Weil wenn Sie lokal, regional, und ich rede jetzt nicht von den grossen Städten, sondern wenn Sie wirklich lokal, regional wollen, in den neuen Formen, und das ist jetzt halt mal online, ein Produkt aufbauen, das wissen Sie auch, dann haben Sie nicht die Reichweite, wo Sie einen Bezahlschrank einbauen können, sondern dann müssen Sie halt neue Formen finden, die halt gratis sind. Das sind wir wieder am Anfang der Diskussion, wo Sie dann auch die Jungen erreichen. Und darum muss ich schon sagen, das online ist gut gemeint, aber es ist interessant für die grossen Städte, wo sie grosse Reichweite haben, wo sie auch Bezahlschranken einbauen können. Und in dem Sinne, Sie haben ja auch gesagt, Regionen sind wichtig, das Lokale ist wichtig, da bin ich voll bei Ihnen, aber mit diesem Paket wären wir Transformation im lokal-regional-Journalismus nicht wirklich begünstigt.